So, wir Rollswappen. Jetzt zeig ich dir mal, wie mein Ezreal spielt, mein Lieber. Warum bin ich denn schon wieder Last Trick hier? Aber mein Ezreal sieht ein bisschen anders aus. Glaubst du, an dem Mittag gibt es heute wieder einen Leblanc-Engle-Token? Ja, ich glaube, es gibt halt einen Leblanc-Engle. Weil die ganzen Assassins dergleichen werden jetzt ein wenig genervt werden mit Mobilität. Und das wird ihr sehr gut schon, denn sie hat eh schon sehr viel Mobilität. Das ist so ein dummes Konzept, ne? So, okay. Also egal, was du hochst, ich drück B, ne? So, jetzt gewinnen. Ein Level mehr. Der hat auf jeden Fall nicht gepullt. Der war direkt auf der Lane. Natürlich insgesamt jetzt eher Besorgnis erringt. Oh, was? Ist das? Das war ein Damage-Engle. Bin ich exhausted. Okay, Toggy, wir müssen engagen, damit ich nicht Lasten muss, okay? Den langen Kampf verlieren wir. Oh, das gewinnen wir nicht? Okay. Klar, gewinnen wir das. Die können das Spiel nicht. Mhm. Das sieht aber ganz anders aus. Bumm. Der spielt hier drauf. So, seht ihr das? Das war ein Win-Engle. Boah, stark. Das Tana ist so dumm, die gewinnen aber gegen alles. Bamm, Junge! Loll. Der Backstreet ist so fucking nice. Puh, danke, Toggy. Mein Wettbewerb. Golly, ich kann mit den ganken nach deinem Raptor-Camp, okay? Mit dir gemeinsam? Ja, ja, perfekt, perfekt. Ah, ja, kann. Ah. 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 Ist der krass, der Typ. Soll ich ihn da stunnen, mein Freund? Ich finde das gut ist, wenn wir zwei Top-Lane spielen. Oh, Vorsicht, er will gerade, oh nein. Ich habe leider keinen Raketen-Angle. Uah. Mono ist immer noch weg, ich weiß nicht, wo der ist. Komm, bist du da? Ja, ich bin da, aber... Ich glaube, ich kann das spielen. Ist mein Bessie gegangen, oder? Distant. So, ich habe jetzt wieder Sachen gemacht dabei. Robert, ist das? Oh, der Reset ist so wichtig. Mittel in den Mist, Mittel in den Mist. Ich bin auch ein guter Spieler. Oh nein, das war Toni, der ist da rüber geflasht, um dich zu retten. Ich bin einfach ein guter Spieler. Er hat es nicht mal gemerkt. Ich sage mal so, der Good-Play-Angle. Ich kann dir da nicht helfen mehr, sorry. Genau. Er hat es einfach... Er hat es nicht mal gemerkt. So ein guter Spieler. Oh nein. Geil. Ist halt so geil. Wahnsinn. Warum hat der Mitten in der wieder Flash? Ich habe auch genau geguckt, ob es geht. 3,9,30. Das heißt 8,9. Ja, 8,9. Wir haben einen kleinen Timer. Ich habe auch nicht die Night. Versuch überhaupt nicht rauf der Schüsse zu lassen. Er wird das locker machen, oder? Hilfe! Noch ein bisschen mehr zu mir? Ich komme, Crunchy. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ach, scheiße. Was passiert in der Mitte? Nächsten Mal. Ich kann nicht versuchen zu retten. Oh, ne. Schön gefällt. Magst du mich gerne zu dir zurück? Schöner Junior-Call an der Stelle. Was ist ein Junior-Call? Oh, das war ein spannender Inferno-Konzept. Ich habe quasi geshot-callt. Damals hat man ja noch geshot-callt. Mhm. Und wenn dann wer anders was vorgeschlagen hat, dann war das ein sogenannter Junior-Call, der erst bewilligt werden musste. Das war ein sehr autoritäres Shot-Calling von dir. Ja, das war... Damals war noch... Also, das war noch Tartor-Zeit. Ich move auch, weil ich habe keine Lust mehr. Der Topling ist free. Ich brauche nur kurze Unterstützung. Ich habe noch heute und alles. Ja, so kommt es euch. Okay, Johnny, ich kenne mich jetzt schnell. Ich habe jetzt gerade alles, alles aufgenutzt. Ja, so kommt nicht mehr zu euch. Oh, mein Gott, no! Ja, die gibt's zu weit jetzt. Er hat ihn sogar mir weggenommen. Kann ich die Bonde auf Johnny machen? Jetzt soll das Dive jetzt. Ohne... Ich geh weg. Wir haben einfach alles verbraucht. Look at that, der wäre toll. Stattdessen habe ich Akku. Ich hoffe, er hat nicht gehealt. Haben wir noch einen weiteren Diver mit mir? Raketenangle! Da. Hütungsengel? Aber ich glaube, das ist ein Lügenengel auf dem Flash. Nee, nee, er hat den Flash. Uff. Ich muss halt auf den Nebenbau warten und wenn nicht, dann... Warte, was macht die? Wieso geht die so nahe zu dir? Weil der Pinko das. Aber du? Also die kassiert, wenn sie einen Fehler macht. Oh, guck mal hier. Oh, wie lange du gewartet hast. Oh, du musst sie töten sonst ein bisschen. Oh, okay. Uh, 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 uh. Jetzt hopp auf sie rauf auf ihren Kopf. Und du hast Autodeck sie zweimal noch einmal. Oh, du bist tot. Ja, ich mach nur das. Aber sie ist unsichtbar. Du bist so jung. Useless. Ich bin so dumm. Aber du hast auch nicht R gedrückt, ne? Ich... Wie soll ich nicht R gedrückt? Ich war tot. Du musst R drücken. Ja. Nächstes Mal Johnny Gizip. Zum Engaging. Ja, weiß nicht, ne? Oh, die ist in den Turm gerannt. Ah, da krieg ich den. Ha! Da muss ich wohl kurz die Waves nehmen, ne? Ja, Johnny, das ist ein guter Freeze. Dann haben wir kein Oblivion op. Ich brauch kein Ignite für Topland. Das heißt, wir können den nicht wirklich töten. Ich hab bisher wieder geholfen. Der ist jetzt mehr Gold wert. Ja, danke, danke. Ich hab jetzt ein Gold versettet. Das ist wichtig. Ich kann den nicht stunden. Okay, gut. Das ist halt so... Ich kann den nicht stunden. Der ist nicht useless mit meinem Proto-Sclaw-Combo. Ich bin nur da rein Minimus. Oh nein, okay. Ich komme, ich komme. Oh, okay, krasser Boy, alter. Oh, die hat Shield, bro. Nee. Aber warte, ich muss doch nochmal neue... Ich bin zehn Proto-Sclaw, dann wärst du halt komplett free. Alles auch so free. Ich hätte sie weg-ulden sollen, ne? Das wär klüger gewesen. Das ist krieg ich nicht toll. Nein, du hast ihm Triumph gegeben. Ja, aber ich dachte, du würdest auch triumphieren danach. Oh. Ich hab einfach geslappt. Oh, du musst da in den Pilz reingehen. Du musst in den Pilz... Der war doch nicht da. Ahhhh. Oh, der hat ein einfaches Kling. Nice. Jaaaa. Johnny hat aber 136 Farm. What the fuck? Ja, mein AD Carry, der... Hey, 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 hey. Dein AD Carry ist Top-Laner. Ganz halt alleine. Ja, solange Papu nicht da ist, hat er keine Resets. Mit Maxien sagt Netze das also. What? Alter! Das bringt doch niemanden, was? Doch, doch. Das bringt Pike voll viel Damage. Töte jetzt Yasuo mit Maxi. Ich ulti jetzt alles, was du berührst. So, Kanschi. Wir machen die jetzt unten weg, hab ich gehört, ne? Machen wir das? Sind die stark? Nee, wir machen sie weg. Wenn ich den kriege. Ja, ich hab kein Ults oder so. Na, das bin ich mir nicht. Nein, alles. Warum wir deinen Bruder töten? Ja. Warum wir deinen Bruder töten? Hi. Oh, ganz schön wütend. Oh, er ist besser als du. Das hat er gut gemacht. Du bist also der schlechte Bruder, ja? Ja, auf jeden Fall. In der Lore hat auch Yasuo Yon getötet. Sehr akkurat. Ja. Hey, du bist wieder so in Lore, wenn ich mal damit kann. Nee, nee, das hat mir bei Twitch hat beigebracht, tatsächlich solche Sachen. Ja, und du guckst kein Anime, ne? Was richtig? Aber der Twitch hat redet halt so viel darüber. Ja, war das doch jeder Twitch hat, oder? Die lieben doch alle. Natürlich. Star, Guardian, Pyjama. Ich frag auch immer nur für einen Freund sowas. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich krieg den Hass ab. Ich krieg den Hass ab. Ich will nicht. Du kriegst den Hass sowas von ab, ne? Pyjama, Guardian, Star, KDA, 2 Damage. Twitch hat lebt Anime. Ich muss 15 Sekunden aushalten. All diese ganzen Skin rein sind doch alles Anime inspiriert, oder nicht? Acht. Sieben. Ich bin so dash. Ich glaub KDA, sorry. Oh, ja, so. Der, der, ich dann den Rest. Ja, ist alles das gleiche. Komm. Oh Mann, jetzt hol dir ab. Ich hasse dein Leben, Maxim. So. Hey. 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 Was? Der ist One-Shot gewesen von Paulus Claw. Wie squishy ist der denn? Der kam grad meinen E-Damage rein. Ah, das ergibt Sinn. Ich möchte ja überhaupt deinen Minutes mit dem mal bescheren. Kommt, dem mal. Uh, ein Blatt. Uniasu? Ja, der ist dumm. Könnt ihr den bitte anfassen? Anfassen? Aber er ist Corona, Maxim. Oh, Maxim. Der Schmerz zu groß. Nein. Schau dir mal vor. Shield-Boss. Ja, ich bin so dumm. Bin da. Bin da. Hast du nichts aus meinen Fehlern gelernt? Nee. Keep on the way. Ich hätte Instant-Ult müssen. Ich hab Pike und Johnny. Warte, wenn ich die Share mit Johnny, kriegst du dann, wenn du Overcap bist, trotzdem Gold? Ich krieg 21. Warte mal, kriegst du dann weniger Share? Nee, er hat da grad Full Share bekommen. Entschuldigung, ich bin hinter dir. Oh, Andy Lukas? Das, das ist doch. Wer kann? Das ist jetzt mein. Oh, f*** mich doch. Äh, Andy Lukas? I'm looking, I'm looking. Oh, yeah, I'm looking. Papo, come away. Alter, wie stuck du warst. Äh, achso, er lupte auf andere Dinge als ich. Ja. Oh, ich hätte ihn nicht hier gehalten müssen. Und hier hast du Lukas? Okay, ich kann das mega gut, oder? Oh, er hat weggeflasht. Ich hab ihn auch noch gedreht. Oh, durch, schiff mal durch. Oh, die Resets. Oh, die Resets. Oh, die Resets. Oh, das ist richtig. Oh, die Resets. Oh, die Resets. Oh, die Resets. ich lasse mich auf den kampf ich wollte dass er jemanden hochwirft so jetzt und dann warte ich immer noch ich habe einfach mal der schiff war noch kein schiff abgaben ein goldener fuchs ein sprung war kaputt wieso der ist in korrelation zu deinem glied dann werde er ja da wäre ich ja hier du meinst ich würde sagen geht zu nash dann bitte mal zu fünf zu uns kommt damit zolkin seinen peter kriegt das macht sich gut fürs youtube video nein hier wird nicht gelogen ich habe erst 10 wiederholt also okay dann sehe ich mich ja gar nicht in die munde seht ihr es wahrscheinlich giga verwirrten ist ready ich bin ready die 1 oh nein er hat sich hoch geht in der sekunde Er hat erholtet. Oh, die will mich! Nein! Nein! Danke! Oh, Alter! KS! KS! KS Maximal! Wir machen Mesh, auf geht's! Ja, ja, der hat sich leider geheatet schon. Wir müssen noch eine zweite Runde spielen. Ich tank für dich, ich tank für dich, ich tank für dich. Tolki! Da war ein Angle! Da war ein richtig Kill-Angle! Da war ein großer Kill-Angle! Ja, die Verhältnisse haben wir vorbeigetumpt. Die ist dumm, aber die konnte ich dann ja... Alter, die Bälle! Weiter geht's! Oh, nee, das schaffen wir wohl nicht zeitlich. Doch, doch, doch! Wobei, du musst einen Quadra machen. Für einen Penta hast du einen längeren Schein. Warte, ich mach sie hier noch so Pilze rein. Ihr macht sie hier, ich such den Mundo, okay? Der Mundo war Top-Lane. Top-Lane! 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 Wehe, ich brauch den Thumbnail. Da ist ein Base, da ist ein Base! Oh nein, das geht hier nicht. Go, 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 gimme! Gib mir, gib mir, gib mir! Ich würde Flash mir nicht können, aber ich hab kein Flash. Ich, ich slow ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Der Insect! Der hier! Der Insect! Ohhhh! Ja! So muss das! Ich muss meine beiden Augen ganz groß aufs Thumbnail machen. Ja! Danke, ne? Team! Das war einfach hartes Teamwork. Das war gutes Funneling für den Pentakel. So, diesmal play again. Ja, ich war auch dabei mit dem Damage. Uhh TRO 8 H 10 10 12 15 16 Vielen Dank.